jo mein krankies was geht willkommen zurück auf unserem kanal ja nächste folge neue einsätze so ja nichts aber dabei alle nudel löschen fahrzeug verkehrsunfall 1 das heißt keine person verletzt also wir fahren mit dem rtw also unser löschen fahrzeug fährt mit dem rtw zusammen man steigt in der motor anläuft ich dran so rtw ist kacke soll der scheiß es ist auch wieder leicht in der dämmer runde einsatz ok links von der polizei sind schon da so vorn ist der verkehrsunfall 6 9 an der rtw ist auch schon vor ort perfekt wir müssen jetzt wieder hinten zur schlauchraspel rennen kontrollieren jetzt hier die so wir gehen mal angriffstrupp führer gucken uns das ganze spektakel mal an personen geht soweit ganz gut so zu uns seitens schneiden ist auf anderen seite mein gott ist das ding klein ey lecker funny so seitens schneiden können wir wieder wegpacken sowohl ne da kann aufbleiben weil der besen baut die besen brauchen wir gleich noch kann auch schon wieder rein ja so holen wir uns doch mal an den besen jetzt hier so und machen wir sauber der ölfleck damit das nicht in die kanalisation reingeht so jetzt gehen wir wieder zum rolltor zurück ey kollegen was soll das muss doch noch rein tun was können wir machen f2 f6 so und würde ich sagen sehen wir uns gleich bei dem nächsten einsatz und ciao so Leute der nächste einsatz ist hier am stüssel und zwar pkw brand auf der autobahn ich würde sagen wir schnacken nicht lang und nehmen den einsatzleiter einfach mal ganz knapp gesagt das finde ich jetzt hier ein bisschen schwachsinnig ne dass man hier nicht ohne rutschen kann haula zum treppen laufen finde ich ein bisschen blöd hallo wenn ich raus ich ihm hier raus ach der ist da vorne der einsatzleiter haula sorry müssen jetzt alle einsatzkräfte auf mich warten tut mir leid so rinder motor an blau licht an was ist 8 nochmal und zwar fahren wir jetzt erstmal ganz gediegen zum einsatz nein 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 der ding ist natürlich auch da dabei so wie die letzten zwei folgen glaube ich nur die letzten paar folgen die letzten paar folgen irgendwie so oder vertan applaudig aus ausgemacht aber leichte drift manöver hier gemacht es ruckelt auch schon wieder ein bisschen ich weiß gar nicht warum also ja da vorne ist auch schon der pkw der moment versuch dein schatz hier mit sich umzubringen wenn du in einem raum stehst wo du eigentlich normalerweise nicht reinkommst ja das kann ich mal gucken was ist die umfeldbeleuchtung wenn ihr sie wisst schreibt es mal in die kommentare rtw so wir wechseln direkt zum lr24 und zwar gehen wir jetzt das feuer löschen was ein hurensohn digger verdient dass du still ist da nochmal tot das ist fertig pkw brand gelöst wir fahren einfach mal mit dem tlf zurück was ist jetzt hier was ist jetzt hier was ist jetzt hier was ist jetzt hier das hat sie anscheinend das spiel aufgehangen ich würde dann sagen sehen wir uns beim nächsten video wieder nur würde ich sagen sehen wir uns dann ich hoffe dass wieder durch soweit so gut ganz gefallen ich meine einsatz so gut wie abgearbeitet aber ich sagen sehen wir uns beim nächsten video bis hierhin Ciao, ciao.